Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal zum zweiten Part der Kräuter Fürth-Kalliegerin. Heute steht an, wir werden schauen, dass wir zumindest den Juli durchbekommen an der Transferphase, eventuell den einen oder anderen Spieler holen, aber aktuell kümmern wir uns erstmal ums Vorbereitungsturnier. Ich werde natürlich wieder trainieren, das ist klar, das werde ich euch jetzt aber erstmal rausschneiden. So, die zweite Trainingsanat ist vorbei, ich hätte natürlich wieder ein A bekommen. Und wir hatten im letzten Part noch eine Abstimmung, und zwar es ging um den Jugendscout. Aktuell haben wir da Otto Hölzel, nur ich wollte noch einen neuen holen. Da hatten wir ja zur Auswahl Felix Ori und Florian Bohm. Felix Ori wäre der beste Scout, den es im Spiel gibt, mit 5-Ständer-Erfahrung und 5-Ständer-Einschätzung. Jedoch würde ich Florian Bohm holen, der hat 5-Ständer-Erfahrung und 4-Ständer-Einschätzung, kostet uns dafür aber nicht ganz so viel Geld wie Felix Ori. Bei Felix Ori wäre nämlich das Ding, da hätten wir nicht mehr viel Transferbudget und Transfers zu tätigen. Daher wird meine Wahl auf Florian Bohm fallen. So, und die Scouts müssen jetzt natürlich noch irgendwo hingeschickt werden. Ich würde sagen, Otto Hölzel schicken wir einmal nach Deutschland. Für 9 Monate, Typ soll er alle suchen. Ich denke, wir können auf jeder Position Spieler gebrauchen. Und Florian Bohm schicken wir in die USA. Und dann schauen wir, was wir eventuell da für Talente rausbekommen. Auch 9 Monate, Typ alle. Dann kursiert aktuell noch das Gerücht, dass Adrian Fein vom FC Bayern nach Kreuterfurt wechseln könnte. Der ist aber hier noch an Eindhoven ausgeliehen. Das sollten wir uns im Hinterkopf behalten. Ich werde ihn jetzt scouten und einfach mal die Transferzentrale eintragen. Eventuell ist das eine Option für nächste Saison. Aktuell haben wir ein Transferangebot für Julian Green. 2,4 Millionen Euro, aber den möchte ich erstmal nicht abgeben. Dann simulieren wir weiter. Und zwar steht das erste Testspiel an. Wir haben ein Transferangebot für David Raume. Der wird aber ebenfalls dableiben. Der wird nach der Saison Ablöse freigehen. Der Vorschlag für die Kapitänsbinde wird auch genannt. Und zwar soll Sascha Burschat der neue Kapitän werden. Aber das wird nicht so kommen. Und zwar werde ich die Kapitänsbinde bei Branimöhr gut verlassen. Dann kommen wir nun zum ersten Testspiel. Und zwar im European International Cup gegen Gaziantep. Ist vielleicht ein türkischer Verein. Weiß ich auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall gehen wir dort rein. Wir simulieren es natürlich. Das ist unsere Elf. Wir probieren natürlich das beste und das meiste Geld mitzunehmen. Und gehen in die Schnellsimulation. Am Ende wird es ein 3 zu 1 Raum Nielsen und Herrgotta treffen. Das nächste Spiel ist gegen Huddersfield. Mal schauen, was wir da erreichen können. Die Elf bleibt erstmal die gleiche. Und diesmal wird es eine 2 zu 1 Niederlage. Bei uns trifft Branimöhr gutter. Und auf der Gegenseite trifft Aronson und Bamster. Nun hat unser Scout einen Abschlussbericht zugeschickt. Und zwar zu Gideon Jung. Das ist ganz gut. Wir sehen, er hat 69 als Gesamtstärke. Ein Wert von 1,5 Millionen. Und er ist, denke ich, nach der Saison interessant für uns. Genau wie Christiansen und Seufert. Und eventuell auch fein. Jetzt geht es erst wieder ins Training ran. So, die nächste Trainingsanhalt ist abgeschlossen. Ich konnte zweimal ein A holen und einmal ein C. Beim C wird auf jeden Fall nochmal nachgebessert. Wir haben noch ein Leihangebot für Robin Care. Das ist leider mit einer Kaufoption. Ich werde es delegieren. Aber natürlich ohne eine Kaufoption. Weil Robin Care soll erstmal bleiben. Gerne auch eine 2-Jahres-Leihre. Und dann schauen wir, was rauskommt. So, das nächste Testspiel steht vor der Tür. Und zwar gegen Konjaspor. Wahrscheinlich auch ein türkischer Verein, würde ich schätzen. Die ganze Elf habe ich ausgetauscht. Einfach damit jeder ein bisschen Spielpraxis bekommt. Und wir haben natürlich noch ein paar Spieler auf der Bank entsprechend, die uns weiterhelfen können. Aber damit kein Spieler unglücklich hier ist und die gerade Atmosphäre zumindest erstmals passt. Später werde ich wahrscheinlich nicht so viel rumrotieren. Aber aktuell ist es auf jeden Fall noch wichtig. Wir gehen in die Simulation. Und es wird ein 0-3 aus unserer Sicht. Das war es wahrscheinlich leider mit dem Vorbereitungsturnier. Das war es leider mit dem Vorbereitungsturnier. Gut, wir hätten, denke ich, weiterkommen können. Hätten wir mit der AF gespielt. Aber so ist es nun mal. Dazu sind jetzt auch weitere Scout-Abschlussberichte da. Und zwar Max Christianzen und Nils Seufert. Die schauen wir uns gleich an. Erstmal bekommen wir noch 800.000 Euro Transferbudget, weil wir im Turnier soweit gekommen sind. Dann meldet sich der Vorstand und sagt, Leider haben wir es nicht bis ins Finale des Vorbereitungsturniers geschafft. Aber wir haben natürlich weiter Vertrauen für sie. Nun kommen wir zu den beiden Abschlussberichten. Max Christianzen hat eine 68.000 Euro. Läuft natürlich der Vertrag aus. Den werden wir hoffentlich holen können. Am Ende ablösefrei. Genau das gleiche ist bei Nils Seufert. Der hat eine 67.000 Euro. Beide 23.000 Euro. Beide spielen fast die identischen Positionen. Dazu kommt natürlich noch Jung. Mit dem zugehörigen Geld, was wir bekommen haben, sieht unser Transferbudget jetzt so aus. Circa liegt es bei 2 Millionen. Das war gerade eben nämlich nicht der Fall. Ich denke, so viel Gehaltsbudget brauchen wir nicht. Vielleicht 6.000 Euro. Dann haben wir 2,1 Millionen. Aber so um die 2 Millionen würde ich rechnen. Davon brauchen wir bestimmt 1 Million. Einfach für die ablösefreien Spieler zu holen. Und die 1 Millionen, denke ich, können wir noch sinnvoll ausgeben. Eventuell holen wir uns einen neuen Scout. So, wir haben 2 neue Nachrichten. Und zwar einmal die Übereinkunft für Robin Kerr. Das wurde angenommen. Also wird Robin Kerr uns 2 Jahre verlassen. Und zwar in die Türkei. Mit Gaziantep FK waren wir, soweit ich weiß, sogar in der Vorbereitungsgruppe. Dann haben wir noch den Scout-Abschlussbericht zu Adrian Fein bekommen. Er hat eine 72, hat einen Marktwert von 5 Millionen Euro. Und hat einen Gehalt von 27.000. Das ist natürlich schon eine Menge Geld. Weil eventuell nächstes Jahr bei einem Verkauf von einem einen oder anderen Spieler könnte das was werden. Aber dazu müssen wir erst mal kommen. Außerdem habe ich mich jetzt entschieden. Und zwar Anchi Alneto wird erst mal in der Fußballschule bleiben. Wer aber nicht mehr dort bleiben wird, ist Emilio Schmidt. Der wird jetzt rausgeholt. Kann ZOM spielen, Unmittelstürmer. Er ist aktuell auf dem Weg zum Innenverteidiger. Das bedauert noch 136 Wochen. Das ist mir bewusst. Jedoch wird er jetzt rausgeholt. Er hat eine 63er-Gesamtstärke. Das heißt, wir sollten eigentlich sehen können, was er für ein Potenzial hat. So, hier sehen wir ihn. 4-Sterne Spezialbewegung und ein 5-Sterne schwacher Fuß. Das haben wir ja vorhin schon gesehen. Aber hier sehen wir, glaube ich, nochmal erst 1,91 groß. Wir sehen, er hat Potenzial, etwas Besonderes zu werden. Das ist auf jeden Fall super. So, Robin Kehr ist ausgeliehen. Er stimmt dann im Wechsel zu. Und dann haben wir noch einen Transferangebot von Tigris für Harvard Nielsen. Das ist aktuell unser Top-Stürmer mit Brandy Möhrigurter natürlich. Ich denke, Tigris ist nicht unbedingt besser vom Team her. Und aktuell sind wir ja auch noch in der 2. Liga. Und da wird er bleiben. So, wir haben noch ein Leihangebot von Marius Subaric. Natürlich wieder mit einer Kaufoption. Wieder delegieren zu einer 2-Jahres-Leihe und einer Leih ohne Kaufoption. So, es gibt eine Übereinkunft zu der Subaric-Leihe. Und zwar hat der CF Furen Labrada unsere Konsektion angenommen. Das heißt, sie möchten Subaric ohne Kaufoption ausleihen, aber dafür für 2 Jahre. Das nehmen wir natürlich an. Ich habe jetzt mal in verschiedene Trainingsplaner geschaut und habe gesehen, Jamie Leveling. Der ist natürlich sehr talentiert, das ist klar. Und ich möchte ihn erstmal als inverser Flügelspieler weiter trainieren und nicht als ausgeglichen. Einfach damit das Tempo wirklich viel in die Höhe steigt. Und auch das Schießen. Das Schießen liegt nämlich nur bei 59. Und das Tempo, denke ich, da kannst du auch noch ein bisschen was machen. Das ist 83. Das ist auf jeden Fall sein bester Wert. Das ist klar. Dann sind wir auch schon am 11. Spieltag angekommen. Wir empfangen den VfL aus Nahrbrück. Hier drüben haben wir noch eine Pressekonferenz. Da werden wir uns ja beim nächsten Partum kümmern. Genau wie um das Spiel. Ich hoffe, der Partum hat euch gefallen. Lasst mir gerne positive Bewertungen da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.